A4 Gratisenergie? Be nett. Wirst du The Ratchet zu sich sagen? Tief Luft holen. Ich muss daran denken, dass ich bis hierher gekommen bin. Und statistisch gesehen ist es wahrscheinlich, dass ich den Rest auch schaffe. Ich habe viel erreicht, seit ich in diese Dimension gekommen bin. Und ich mache weiter. Diese Anomalie wird mich nicht aufhalten. Ich kann es schaffen. Ich werde es schaffen. Wir müssen auf jeden Fall erneut gegen den Imperator kämpfen. Aber dieses Mal wird er uns nicht überraschen. Ich werde es auf jeden Fall erneut gegen den Imperator kämpfen. Ich werde es auf jeden Fall erneut gegen den Imperator kämpfen. Ich werde es auf jeden Fall wünschen dir. ... Was ist das? Ich weiß, wie man die Katastrophe stoppt. Ich weiß, wie man die Katastrophe stoppt. Und wir kriegen auch bald die... Oh, endlich läuft alles gut für uns. Ratchet, ich... Hab sie. Hurra. Jetzt hör damit, sonst schicke ich den Kopf deines Freundes auf Torren 4. Keine Sorge. Ich veranstalte ein Public Viewing meiner Oberhungen im Sodom-Gefängnis. Komm schon, Kit. Wir müssen... Flieh. Fliehen? Das ist die letzte Chance, ihn zu stoppen. Tut mir leid. Nein! Ja! Du! Das warst du! Was machst du denn hier? Ah! ARD Text im Auftrag von Funk Hey Zordun, ist schon etwas her. Hoffentlich sind hier draußen keine Wachen. Das Verarbeitungszentrum sollte direkt da vorne sein. Bitte seid noch da, Leute. Ich nähere mich dem Gefängnis. Es kommt langsam alles wieder. Alles fertig. Brauchst du Waffen oder Munition? Ich wette beides. Na, das wird einen gehörigen Wumms haben. Bis zum nächsten Mal! Das Verarbeitungszentrum. Bestimmt halten Sie Ratchet und Clank dort fest. Und Kit. Hi, Drängling! Puh, kein Alarm. Jetzt muss ich irgendwie zum Verarbeitungszentrum. Das Schatten von Schiff. Davon habe ich immer gesorgt. Du bist schlecht mit Recycling 커�lich. Ah. Oh. Wie das glänzt. Was ist das? Was ist das? Die Spalten werden echt schlimmer hier draußen. Unbekannt! Untersuche! Clownbox Rebellion! Sie darf nicht... Puh, das war knapp. Denk nach, Rivet, es muss noch einen Eingang geben. Seit wann ist das Verarbeitungszentrum verschlossen? Es muss einen anderen Eingang geben. Loba! Wolltest du nicht auf Arctolus sein? Der Ventilator ist nicht so stabil. Fast geschafft! Kommt, Leute! Bitte seid noch hier! Was? 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 Wo seid ihr, Leute? Definitiv nicht, Klenk. Hey, wir haben beschlossen, dich nicht mehr umzubringen. Lässt du uns raus? Shh. Zieh, denk darüber nach. Hast du jemanden gesehen, der so aussieht wie ich? Nein? Nein? Wehe, du willst an meine Beute! Ganz sicher nicht. Rivet! Sie wollen deinen Roboterfreund verbrechen! Ich rette dich, Boltz! Tick-Rubel! Wieder! Deine Freunde sind dort entlang. Falls du Hilfe brauchst... kümmere dich um sie. Und danke. Wir machen hier weiter! Du hast mich erschreckt! Zum Ausruhen fehlt uns aber leider die Zeit. Du warst schnell hier. Danke. Sie haben Ratchet und Kip durch diese Tür gebracht. Irgendwas mit Buchsicherheit dran. Wir holen sie doch ein! Und... ähm... Ich bin froh, dass es ihr gut macht, Klenk. Ebenso. Wahoo! Das ist mein Gefangener. Dort! Da sind sie! Und da gehen sie. Zum Ausruhen! Da gehen sie. Dann gehen sie. Oh! Ha-ha! Ah! Ah! Ha! Ah! Ah! Das Transferzentrum ist offen. Dahindurch kommen wir zu Ratchets und Kitts Zelle. Das ist ja noch chaotischer als auf Saval. Tut mir leid, dass ich die zurückließe. Es war kompliziert. Ich verstehe. Es herrschte großes Chaos. Nein, ähm... Ja, genau. Ein Wappelwesen! Was denn? Nur der Fangener. Und das muss jeder sein, der den Imperator jemals verärgert hat. Zum Gefahr gewählt. Bitte geh zurück in deine Level 3 ab. Vollschaft! Ja! 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 Soll das heißen, es gab eine Stürze. Wo sind meine Spezialgefakte? Sie haben die Brücke deaktiviert. Es muss eine manuelle Notfallsteuerung geben. Aufregend! Geflorene, die bestraft werden müssen! Nein, nicht jetzt! Ich will dich ja nicht drängen, aber Ratchet und Kit sollen verlegt werden. Raketensysteme aktiviert! Viel Glück! Beuge dich dem Willen des Imbruchs! Ratchet, wir kommen! Okay, holen wir sie! Schnell, häng dich an ihrer Zelle ran! Nein, nein! Clank, wie habt ihr... Oh, ich kenn mich hier aus. Ist alles okay? Uns geht's gut! Wir wollten... Keine Sorge! Wir holen euch hier raus! Ich versuche... Das alles muss Kit große Sorgen machen. So ungefähr. Okay, Bolts. Ich sag's dir... Kit ist der Kampf-Bot, der meinen Arm abtrennte. Oh, nee. Ähm, ich... Ja. Jedenfalls, das ist los. Los! Wir müssen ihre Zelle im Blick behalten. Ich behalte sie im Auge. Keine Sorge, Bolts. Wir werden sie retten. Gut. Du kämpfst und ich suche einen Weg nach vorn. Wir hacken euch im Flur ohne Flur an. Jedenfalls, die Decke halt... Jedenfalls! Ja. 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 Wir können nicht zulassen, dass sie tiefer ins Gefängnis gebracht werden. Werden wir nicht! Ich wusste nicht, ob ihr es schafft. Bedank dich noch nicht. Wir müssen diese Zellen ausschalten. Das heißt auf ins Büro der Aufseherin. Hast du von der Störung in der Verarbeitung gehört? Es heißt es doch vielleicht... ...ein Lombard! Sieh auch, Regen! Noch jemand für die Dissidenz ist da! Einen Abfall! Wunderlassen, Rebell! Hey! Sie planen einen Ausbruch! Wir können helfen! Durchhalten! Oh! Hey, River! Mach dir keine Sorgen mit euch! Die Zimmer dahinten sollte zu einer Ladeplattform führen! Die Zimmer! Letz? Ja! Oh! 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 Ah! 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 Das ist die Stelle! Oh! Ach! Ah! Wie nennt man eine Gruppe Flitzkäfer? Ein Trommel? Ein Wusch? Ein Flitz? 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 Ah! 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 Echt cool! Hm. Uah! Hüph! Uah! Ah! Wow! Das war's. Na, das ist ja eine Überraschung. Brauchst du Waffen oder Munition? Ich wette beides. Oh, jetzt sieh dir das an. Reiste das Schmackstück auf. Ein Handschuh kann nicht tödlich genug sein, wenn ich sagen darf. Aber die Aufrüstung hast du doch schon. Die ist wirklich sehr beliebt. Hier darfst du deinen Einkauf, Sweetie. Da, das ist das Büro der Ausseherin. Wir müssen mit diesen Plattformen näher ran. Und von da aus weiter. Sei vorsichtig. Hier geht's tief runter.